ein wunderschönen guten morgen wünsche ich euch allen draußen herzlich willkommen auf meinem youtube-kanal denn auch schon auf der suche nach einem abenteuer mein name ist jesus könig bekannt als denn auch schon damen sage ich in amerika der justis könig der youtuber damen durch aus würzburg und heute ist montag denn am freitag habe ich von der arbeit von mein stichthaler jürgen etwas bekommen zu schenken hat extra für mich gemacht eine kapitänmeria kaffeetasse hier haben wir hier eine kapitänmeria kaffeetasse in der verpackung hat dann eine gemacht für mich extra hier ich brauche ich stelle mir meine table arbeit und meine alte tasse ist kaputt dann merkst du das hier gemacht wahrscheinlich ausgedruckt und drauf gemacht schaut aber aus wie das originale weil ich habe ja schon eine kaffeetasse aus der spitalan von kathamerika nur als dekoration und das verpackung ist ausdruck gemacht hat das schnell gemacht finde ich cool oder schlecht gemacht oder quasi auch ein dange an den schicht oder die wirken hat das cool gemacht sah echt cool aus ist super oder Schaut echt cool aus, oder? Und das ist was er gemacht hat. Cool, oder? Und das hier, ein bisschen zu anlehnen. Ich dachte, was besser sehen. Gut, oder? Super gemacht. Klasse. Danke an den Schichtleiter Jürgen. Was ist genug, dann war eigentlich cool und hat mich sehr drüber gefreut. Hier ist es so genau. Klasse gemacht. Ja, und deswegen, das ist ein göttemberger Bademundel. Also bedanke ich mich für das Zuschauerseinschauen. Werden Sie uns bald wieder, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye. Machen Sie gut, wünsche euch noch eine schöne Woche. Und nicht vergessen, am Donnerstag ist Feier da. Tag der Deutschen Einheit, auch allen einen schönen Tag der Deutschen Einheit. Und da bin ich in Bad Orb, wenn es schönes Wetter ist. Bin ich in Bad Orb, da ist nämlich ein Oldtimergreifen, großes Oldtimertreffen, am Gardinenwerkfest, wo es Militärmein ist. Und die Stadt ist auch offen. Ja, wenn es nicht regnet. Und am Sonntag, genau. Am Sonntag sehen wir uns auch wieder in Nachtbreit. Denn da ist Kirchmeier. Und da ist es Oldtimertreffen bei Mercedes-Benz Ingellaud. Ingellaud, ja. Da bin ich auch wieder dort. Und dann eine Woche drauf. Also dann nicht übernächster Sonntag. Ist das in Grazhofen das Herbstfest. Das heißt, da beim Extremkasten ist dann das Tuning-Abschluss-Treffen. Darf ich auch dann. Und du gehst auf den Herbstfest. Dann ist eigentlich an der Laison wieder vorbei. Von so ganzen Autotreffen, Bikertreffen, irgendwie sonst was zu treffen. Ist ja auch wieder zu Ende. Nur als Information. Dann kommt wieder vielleicht Herbstmärkte, Hero-Wil-Märkte und dann Weihnachtsmärkte. Und dann geht das neue Jahre los. Also, tschau tschau. A jöster Sonntag. Ach ja, der Badenwand ist eigentlich für mein Fitnessstudio. Und nächstes Sauna-Landschaft gehe. Bei uns. Bye-bye. 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 Bye-bye.